Ich bin die Gudrun Burkhardt. Am 28.06.1936 bin ich geboren. Ich bin in armen Verhältnissen aufgewachsen. Wir waren acht Kinder, aber uns ging es trotzdem gut. Als ich dann aus der Schule kam, bin ich in den Beruf Mechaniker gegangen. Und habe im Radeberg-Ovodron, das war damals in DDR-Zeiten, gearbeitet. Es ist jetzt eine andere Zeit. Die leben ganz anders als wir früher. Die werden nie das erleben, was wir früher erlebt haben. Ich muss sagen, die müssen immer vorausschauen und immer das Beste draus machen. Ich bin der Grund, was wir früher im Radeberg-Ovodron. Ich bin der Grund, was wir früher früher im Radeberg-Ovodron. Ich habesu Online-Nunzio-Kleis засchenkt. Ich bin der Grund, wie früher früher ich letzte Mal. Ich bin der Grund, was wir früher früher bräuchten und früher. Untertitelung des ZDF, 2020